Lass uns sehen... Da haben wir dir noch kommen, ist Levin der Suchende... Ah, da oben sind noch welche... Ich dachte schon, das wären alle... Bracha... Neldara... Marmun... Da brachen wir was, oder? Eine Aufgabe? Nein... Nicht diese Aufgabe noch... Ich frage noch einmal, darf ich die Ehre haben, eure Schwester, Dame Volker zu besuchen? Junge Mädchen weichen leicht vom rechten Weg ab, daher würde ich euch als Pflichtgefühl in meinem Haushalt gerne noch etwas besser kennenlernen. Wir könnten später noch hiervon sprechen. Aha... Was muss ich jetzt... haben? Verbesserung eures Standes... Ok, wenn es Privater ist... Marmun... Aufgabe... Nein... Ja, dann geht doch ins Minus runter... Nein... Pech... So lasst euch... Ihr euch von den Orts eben ausköden... So... Kur auf... Jeder Fassal, der sich hier rauskommt, beobachte ich... Ne... Von Rodogir... Wo ist Rodogir? Ismeral... Ismeral... Ah, da... Da hinten... Ich muss mir mal helfen, denn... Ja... Wieso gehst du weg, Kevel? Oh... Man... Oh... Die KI ist manchmal dämlich... Ah... Was ich noch gemacht habe ist... Optionen... Hier auf Durchschnittlich gestellt... Hier auf Durchschnittlich gestellt... Dann geht die Schwierigkeit ein bisschen hoch... Sonst müssen wir die Kampfkarriere ein bisschen runterstellen, damit wir eine Chance haben... Bei den Turnieren können wir sie auch... Auf Niedrig stellen... Ok... Der... Nord ist nicht mehr hier... Ich sehe jetzt einen Rayadin... Der war doch erst hier... Vielleicht ist er wieder umgekehrt... Ah... Jetzt drückt es wieder ein bisschen... Ach... Frebs... Bitte... Hm... Manchmal hilft einfach kurz neu... Die Aufnahme... Beenden... Und kurz wieder... Auf... Nehmen... Aber... Manchmal auch nicht... Ab jetzt geht es wieder flüssig... Ok... Ah... Hier ist zum Beispiel einer... Da ist ein 31... 31 Mann Trupp... Der... Den werden wir hier... Einholen... Ok... Zwei wurden entlassen... Ja... Halt doch ab... Ok... Dann war es das... War es doch kein... Kampf... Da ist der König... Ach... Geh doch nicht durch den Wald... Was ist denn das für eine KI... Hier... Muss es sein... Oder... Ah... Stopp doch mal... Du musst stoppen... Nein... Nein... Das ist nicht... Wieso gehen die nach Norden... Hm... Keine Ahnung... Wahrscheinlich wegen... Kannad... Kehr geht... So... Seid ihr jetzt endlich mal frei... Ohne viel... Ah... Es sind immer noch so viele da... Was macht ihr denn hier? Es ist kein Galage... Machen wir die Briefsquest... Und wo ist jetzt die... Wie heißt der andere? Nochmals... Ja... Immer diese Scheiß-Quests... Ah... Männer... Die war's... Bracha... Das war doch der, oder? Nein... Der da? Ah... Bracha... Du bin... Nimmst dich wirklich scheisse... Diese zwei Quests... Hätten wirklich nicht sein müssen... Hm... Wieso geht die Quest runter... Wenn wir ablehnen? Wir lehnen ja nur ab... Ah... Menno... Manchmal ist das Spiel... Einfach nicht durchdacht... Überhaupt nicht durchdacht... Immer kleine Fehler... Und Ungereinheiten... Wäre doch so ein schönes Grim gewesen... Aber nein... Die Entwickler mussten natürlich... Alles... Auf eine Hand setzen... Geht doch endlich mal raus... Bitte... Oh mein Gott... Jetzt fängt das wieder an... Oh je... Manchmal muss man wirklich sehr viel... Dann geh doch weg... Du Miststück von einer Frau... Oh was ist jetzt plötzlich wieder... Ich mach keine Kriege... Ich kämpfe ja nie... Oh was ist jetzt wieder... Ah man... Nicht lecken... Ok... Ich hab das obere genommen... Das soll ich nicht Hexe nennen... Also gegen ihn... Für die Hexe... Für die Hexe... Also gegen ihn... Für die Hexe... Heute ist wirklich Scheisstag... Heute ist wirklich Scheisstag... Also... Nochmals... Eine gute Quest... Ach... Bitte... Jetzt kommst du mit einer anderen Scheiss-Quest... Ja... Privat... Du bist hier Privat... Geh doch mal weg in dein Zimmer... Oder so... Oh mein Gott... Der will momentan nicht... Kleiner Feind... Troop... Bei Sleck... Jetzt kommt schon der nächste... Der war... So... Jetzt hat sich's wieder beruhigt... Ok... Dann gehen wir mal nach Rotogier... Da ist nämlich ein grosser Feindrupp... Ok... Wenigstens... Einmal... Frieden... Ist jetzt so behelmet... Also... Weg hier... Macht so viel Kriege... Und dann verliert sie alles... Oh Gott... Die KI ist einer der größten Kritikpunkte... Ähm... Warband... Ich will nicht... Kommt ihr endlich... Wo sind die Truppen? Wo sind die Truppen? Oh mein Gott... Jetzt beherren sie ein Dorf... Ist ja zu peinlich... Lass das Dorf in Ruhe... Lass das Dorf in Ruhe... Lass das Dorf in Ruhe... Ich habe gesagt... Lass es in Ruhe... Und lag nicht... Hallo... Ihr seid scheisse... Ihr seid alle scheisse... Kommt mit... Hey... Dann nehmen wir es mal an... Weil wir ja keinen Krieg mit denen mehr haben... Haben wir halt wieder dieses Scheissdorf... Am Ende der Welt... Ach... Lassen wir es einfach... Dann werden wir... Ah... B... Ok... Morgen werde ich alles dran machen... So dass ich mit... Äh... XSplit aufnehmen kann... Da werde ich alles richtig einstehen... Und nehme mit XSplit auf... Das Blöde ist... Bei XSplit... Man muss immer den Bildschirm aufnehmen... Aber man kann den Bildschirm nicht aufnehmen... Sonst nimmt man nämlich den Desktop auf... Und das ist egal... Scheisse... Wieso bringen die solchen... Bullshit... Mit ein... Ich will das... Aufnehmen... Was ich sehe... Nicht was der Desktop macht... Ich will doch den Desktop nie aufnehmen... Also bitte... Seht ihr das Fenster nicht... Seht ihr blind... Dumm... Dämlich... Scheisse... Fett... Krässlich... Alles mögliche... Ja... 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 Oh mein Gott, ich kämpfe nie mehr automatisch. So ist das Brot immer so scheiße hier oben. So, jetzt ist fertig, jetzt mache ich das Brot hier hin. Dann können nämlich die Brote nicht immer weggefressen werden, ohne dass sie nachrutschen oder so. Das ist auch wieder, das Inventar ist mega scheiße gemacht. Vor allem kann man nicht easy Sachen verschieben oder so. Muss immer alles einzeln machen. Jetzt gehen wir mal nach Kudan. ... ... ... ... ... ... Komm mit ... 400, hey, gehts noch ... Ähm, diesen Zutteier gehen wir mal in die Bohr Harisch, Beyer, Ultrat